Ich bin Katja Hofmann, ich bin Poetry Slammerin und komme aus Halle in Ander Saale und jetzt bin ich hier zum Play 17 zum Poetry Slam gekommen, um die beste Show des Abends zu moderieren. Also man kann mit Text total spielen wie mit Videogames letztendlich, weil wir müssen auch genauso wie Videospiele begeistern. Wir müssen das Interesse wecken und auch das Interesse halten und letztendlich am Ende auch so eine kleine Befriedigung geben, das heißt in Form von einem Happy End oder ja vielleicht was zum Nachdenken oder so einen Ehrgeiz erwecken, vielleicht selber Texte zu schreiben.